hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ich wollte knochen dreck alles also bis jetzt gefällt mir schon ganz gut hat mir gemacht haben die frage ist jetzt lieber weitermachen als allererstes muss der baum weg ist ja schön da der erwachsen ist das wort man ja so haben aber er muss weg der baum aus macht so ich würde sagen wenn das jetzt die kate ist knallen wir mal die plattform weiter oder nein so komme ich dran warum nicht jetzt komme ich dran also ging gerade nicht warum aber ob da sind wir schon runtergeplümpft okay er baum ist weg tic zu weit weg okay die erde hätte ich gar nicht unbedingt mitnehmen müssen dass ich jetzt doch füchen na ja wer weiß wofür es gut ist so jetzt haben wir hier die fläche und wir wollen da gut da können wir auf jeden fall wieder die mauer setzen wie wir sie hier auch haben da muss man mal gucken wie eine nächste gedanke ist wie geht es hier denn weiter da so viel grün das hier verschwindet so war aber auch da wollte ich ihn klicken so das jetzt noch mal wiederholen haben wir dafür platz sieht so aus so grob geschätzt ich will es jetzt nicht zählen haben wir da wieder drei jahr rein stilistisch müsste man es ja wären durch die durch die durchgang wird das sowieso gebrochen machen wir mal ein zweier nur dadurch dass die e nur halbe höhe haben ist das glaube ich nicht falsch und es scheint sogar es scheint sogar genau hinzukommen so und und die natürlich weiter so kann man da natürlich blöderweise keine fackeln setzen aber wir haben ja jetzt hier hier jetzt eine frohe mauer machen passt das hier nicht zu dass sie auf einmal hoch wird eine treppe hoch eine treppe hoch wenn man jetzt da war die falsche taste so machen wie breit haben wir die gemacht 44 warte 234 ja kann man jetzt aufheben kann ja auch sein dass wieder das ist wieder komplett geändert wird weiß ich ja nicht so 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 und das jetzt ja müsste man natürlich ist die liste fortführen ja 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 die frage ist dann da die bruchstelle wird wenn das jetzt wiederum sind wir schon ganz oben nein sind wir noch nicht mal hier jetzt wieder anfangen ach so wir müssten sogar noch eins ok ja das ist doch schon mal perfektos so so ich will das haben gibt das her so ach so ich hatte jetzt eigentlich platz gemacht für den koppel aber ja ach jetzt habe ich die ganze zeit versuche es zu vermeiden und jetzt habe ich dann doch ja lassen weil platz im inventar sparten wie der sand ganz hier dancing dancing set das jetzt hier macht müsste man hier aber wieder weil ich hier haben wir diese diese platten ja nicht weil das ist ja sieht man schon hier ja da auch nicht deswegen wollte ich das hier in der mauer jetzt vermeiden ich glaube das wäre auch too much können sie ja mal aus jux so legen es lässt sich jetzt schlecht beurteilen ich glaube wir machen es hier mal es ist es geht gar nicht da habe ich jetzt natürlich ja nicht okay dann dann brauche ich gar nicht weiter darüber nachdenken ob es mir vielleicht sogar gefallen würde es geht gar nicht ja entweder macht man das hier jetzt auch schon oder hier macht man dann hier kann man die treppe weiter hoch machen das wäre das wäre im bereich des möglichen wenn man jetzt ach so wir haben jetzt hier nur eins jemals gemacht ja aber ist egal da hinterher ist wieder koppel logischerweise logisch kann man kann man so ist da jetzt ein beleuchtungsproblem weil frühestens hier wieder so eine dreierwehr es geht nicht auf ja das geht nicht auf ja nicht ganz und wiki warum habe ich den sand da hinten habe ich hier irgendwo kann ich hier irgendwo die dresse flingeln na der war gut der war so richtig gut jetzt schon einiges war gewachsen alter verwalter so sind wir die los hier ist richtig dickes gehölz wo wo musste ich etwas einsammeln hallo creeper dich wollte ich nicht einsammeln ja gut jetzt habe ich das so eingesammelt da liegt was ich einsammeln wollte ja gut ich würde sagen wir können einfach hier bis morgen